Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute entdecken wir die besten 5G-WLAN-Router auf dem Markt. Bevor wir in die Routerdetails gehen, abonniert meinen Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Liked das Video, kommentiert eure Gedanken und aktiviert die Glocke für Benachrichtigungen bei neuen Veröffentlichungen. Genug der Vorrede. Tauchen wir gleich in die Welt der besten 5G-WLAN-Router ein und finden den passenden für euch. Der Huawei 5G CPE Pro 2 ist ein leistungsstarker 5G-WLAN-Router, der entwickelt wurde, um ultraschnelles Internet und eine zuverlässige Netzwerkverbindung zu bieten. Mit einer ansprechenden, schlanken Bauweise passt er nahtlos in jede moderne Umgebung. Die positiven Aspekte dieses Routers sind beeindruckend. Er unterstützt 5G-Verbindungen, die Geschwindigkeiten von bis zu 2,33 Gigabits erreichen können, was Streaming, Online-Gaming und das Arbeiten von zu Hause aus zu einer flüssigen Erfahrung macht. Der Huawei 5G CPE Pro 2 bietet außerdem Dual-Band-WLAN, was eine breite Abdeckung und eine stabile Verbindung gewährleistet. Die mehrfache Antennenkonfiguration verbessert die Signalqualität erheblich. Ein weiterer Pluspunkt ist die benutzerfreundliche Huawei-App, mit der ihr euren Router einfach einrichten und verwalten könnt. Die Sicherheitsfunktionen sind ebenfalls stark ausgeprägt, sodass ihr euch vor potenziellen Bedrohungen schützen könnt. Allerdings hat dieser Router auch einige Nachteile. Einige Nutzer empfinden das Fehlen von Ethernet-Ports für kabelgebundene Verbindungen als Einschränkung. Darüber hinaus ist der Preis möglicherweise höher im Vergleich zu anderen 5G-Routern auf dem Markt. Der ZTE MC801A Hyperbox ist eine vielseitige Lösung, die beeindruckende Funktionen für eine leistungsstarke Internetverbindung bietet. Mit einem schlichten weißen Design fügt er sich gut in jede Umgebung ein. Die positiven Aspekte dieses Routers sind vielfältig. Er unterstützt 5G-Verbindungen, die ultraschnelle Geschwindigkeiten ermöglichen, ideal für Bandbreiten-intensive Aufgaben wie Streaming und Gaming. Die Dual-Band-Funktion bietet eine stabile und zuverlässige Verbindung, während der integrierte 2-Port-Switch die Möglichkeit bietet, kabelgebundene Geräte anzuschließen. Die Unterstützung von AX stellt sicher, dass dieser Router mit einer breiten Palette von Geräten kompatibel ist. Die Möglichkeit, den Router zu entsperren, ermöglicht es Benutzer, ihre Wahl des Mobilfunkanbieters zu treffen, was Flexibilität bietet. Dies ist besonders nützlich, wenn ihr häufig reist oder euren Anbieter wechseln möchtet. Auf der negativen Seite könnte die Komplexität der Einstellungen für einige Benutzer eine Herausforderung darstellen. Darüber hinaus kann der Preis für einige Menschen abschreckend sein, besonders wenn sie nach einer kostengünstigen Option suchen. Die AVM Fritzbox 7590 AX ist ein leistungsfähiger WiFi-6-Router, der mit einer beeindruckenden Vielzahl von Funktionen aufwartet. Diese deutschsprachige Version bietet eine herausragende Leistung und Flexibilität für Heimnetzwerke. Zu den positiven Aspekten dieses Routers zählt die WiFi-6-Technologie, die eine beeindruckende Geschwindigkeit von bis zu 2400 Mbits im 5GHz-Band und 1200 Mbits im 2,4GHz-Band ermöglicht. Dies gewährleistet eine reibungslose und schnelle Verbindung für all eure Geräte. Darüber hinaus unterstützt die Fritzbox 7590 AX VDSL Supervectoring 35B, was Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbits im DSL-Bereich ermöglicht. Die WLAN-Mesh-Technologie sorgt für eine nahtlose Abdeckung in eurem Zuhause und eliminiert Funklöcher. Die DECT-Basisstation ermöglicht die Integration von Schnurrlos-Telefonen und Smart Home-Geräten in euer Netzwerk. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Preis dieses Routers im Vergleich zu anderen Routern auf dem Markt etwas höher liegen kann. Darüber hinaus könnte die Konfiguration und Verwaltung des Routers für technisch weniger versierte Benutzer eine gewisse Herausforderung darstellen. Der Zyxl Nebula NR7101 ist eine beeindruckende Lösung für den Einsatz im Freien, die mit einer Vielzahl von Funktionen aufwartet. Dieser Router bietet eine zuverlässige Internetverbindung und ist speziell für den Außenbereich konzipiert. Zu den positiven Aspekten dieses Routers zählt zweifelslos die beeindruckende Datenrate von 5 Gigabits pro Sekunde, die eine blitzschnelle Internetverbindung ermöglicht. Mit einer hohen Verstärkung von 10 dBi ist die Signalabdeckung außergewöhnlich stark, was diesen Router ideal für den Einsatz in großen Außenbereichen macht. Die IP68-Zertifizierung garantiert, dass er gegen widrige Wetterbedingungen wie Regen und Staub geschützt ist. Die einfache Installation dieses Routers ist ein weiterer Pluspunkt. Selbst Nutzer ohne umfangreiche technische Kenntnisse können den Nebula NR7101 leicht in Betrieb nehmen. Außerdem bietet er die Möglichkeit des Cloud-Managements, was die Fernverwaltung und Überwachung besonders praktisch macht. Auf der negativen Seite könnte der Preis für einige Benutzer abschreckend sein, besonders wenn sie nach einer kostengünstigen Option suchen. Darüber hinaus ist dieser Router aufgrund seiner Auslegung für den Außenbereich nicht für den Einsatz in Innenräumen geeignet, was seine Vielseitigkeit einschränken könnte. Der Netgear MR5200 ist eine leistungsstarke Lösung für schnelles und zuverlässiges mobiles Internet. Dieser Router bietet eine Vielzahl von Funktionen, die sowohl für den Heimgebrauch als auch unterwegs geeignet sind. Zu den positiven Aspekten dieses Routers gehört zweifelslos die Downloadgeschwindigkeit von bis zu 4 Gigabits, was ultraschnelles Internet ermöglicht. Die Unterstützung von WiFi 6 gewährleistet eine erstklassige drahtlose Leistung und ermöglicht die Verbindung von bis zu 32 Geräten gleichzeitig. Dies ist ideal für Familien oder kleine Unternehmen. Die Möglichkeit, eine SIM-Karte einzusetzen, macht diesen Router äußerst flexibel. Ihr könnt ihn in Gebieten ohne Festnetzanschluss oder als Backup-Internetverbindung nutzen. Er unterstützt zudem eine breite Palette von Netzen, was seine Vielseitigkeit erhöht. Auf der negativen Seite könnte der Preis für einige Benutzer höher sein, insbesondere wenn sie nach einer kostengünstigen Option suchen. Ein weiterer potenzieller Nachteil ist die Notwendigkeit einer stabilen Mobilfunkverbindung, um das volle Potenzial dieses Routers auszuschöpfen. Die AVM Fritzbox 6850 ist ein vielseitiger LTE-Router, der sich ideal für Nutzer in Österreich und der Schweiz eignet. Dieses Produkt bietet eine breite Palette von Funktionen, die auf eine zuverlässige Internetverbindung und schnelle Datenübertragung abzielen. Die positiven Aspekte dieses Routers sind beachtlich. Das integrierte LTE-Modem ermöglicht Datenraten von bis zu 150 Mbit, was eine schnelle und zuverlässige Internetverbindung gewährleistet, auch an Orten, an denen kein Festnetzanschluss verfügbar ist. Die WLAN-Unterstützung mit bis zu 866 Mbits im 5 GHz Band und 400 Mbits im 2,4 GHz Band ermöglicht eine breite Abdeckung und eine stabile drahtlose Verbindung. Mit 4 Gigabit LAN-Ports und einem USB 3.0-Anschluss bietet dieser Router auch die Möglichkeit, kabelgebunde Geräte anzuschließen und Dateien gemeinsam zu nutzen. Die Fritzbox 6850 ist speziell für den Einsatz in Österreich und der Schweiz konzipiert und entspricht den Anforderungen dieser Region. Dies sorgt für eine reibungslose Nutzung und Konformität mit den örtlichen Vorschriften. Auf der negativen Seite könnte der Preis für einige Benutzer höher sein, insbesondere wenn sie nach einer kostengünstigen Option suchen. Darüber hinaus hängt die Leistung dieses Routers stark von der Qualität und Abdeckung des LTE-Netzwerks ab, was in entlegenen Gebieten möglicherweise eine Einschränkung darstellt. Der OPPO T1A ist eine leistungsstarke und vielseitige Lösung, die entwickelt wurde, um eine schnelle und zuverlässige Internetverbindung in verschiedene Umgebungen zu bieten. Zu den positiven Aspekten dieses Routers gehört zweifelos die beeindruckende Datenrate von bis zu 4,07 Gigabits pro Sekunde, was extrem schnelles Internet ermöglicht. Die Unterstützung von WiFi 6 gewährleistet eine erstklassige drahtlose Leistung und ermöglicht die Verbindung von bis zu 32 Geräten gleichzeitig, was ideal für Familien oder kleine Unternehmen ist. Die 4x4 MIMO-Technologie verbessert die Signalqualität erheblich und sorgt für eine zuverlässige Verbindung. Die Tatsache, dass dieser Router entsperrt ist, ermöglicht es Benutzern ihre Wahl des Mobilfunkanbieters zu treffen, was Flexibilität bietet. Dies ist besonders nützlich, wenn ihr häufig reist oder euren Anbieter wechseln möchtet. Auf der negativen Seite könnte der Preis für einige Benutzer abschreckend sein, insbesondere wenn sie nach einer kostengünstigen Option suchen. Die Konfiguration und Einrichtung des Routers erfordert möglicherweise technisches Wissen, was für weniger versierte Benutzer eine Herausforderung darstellen könnte. Diese 5G-Router bieten zahlreiche Optionen für eure speziellen Bedürfnisse an eine zuverlässige Internetverbindung. Ob ihr Geschwindigkeit, Outdoor-Nutzung oder Flexibilität sucht, es gibt die richtige Wahl für euch. Hoffentlich hat euch das Video geholfen, die besten 5G-Router besser kennenzulernen. Kommentiert eure Favoriten und fragt bei Fragen gerne nach. Abonniert meinen Kanal, um über neueste Technologien auf dem Laufenden zu bleiben. Liked das Video, aktiviert die Glocke, teilt es mit Freunden, die 5G-Router suchen. Danke fürs Zuschauen und bis bald!